Hallo, in diesem Video geht es um die Tenorstimme von Tour d'Yon, dem etwa 500 Jahre alten französischen Trinklied. Starten wir von vorne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das würde ich gerne gleich noch einmal machen. Jetzt spiele ich die Bassstimme ein bisschen dazu. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Karpel Das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch geholfen. Wenn das so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für den Kanal da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!